Die vor uns liegenden Umbrüche in der Arbeitswelt durch die Transformation, also durch die Digitalisierung und den ökologischen Wandel, die müssen vorausschauend und sozial gestaltet werden. Und wir als Linke, wir sind überzeugt davon, dass die Beschäftigten in allen Zukunftsfragen im Unternehmen beteiligt werden müssen. Die bestehenden Instrumente der Mitbestimmung im Betrieb und im Unternehmen bieten schon einige Hebel, aber das reicht bei Weitem nicht aus. Wir wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen ein echtes demokratisches und auch wirtschaftliches Mitbestimmungsrecht bekommen.